So, einen schönen Sonntagmorgen wünsche ich Ihnen. Ich mache hier ein ganz kurzes Video zu Corona. Und zwar, wie immer, ich möchte Zahlen betrachten und Fakten. Corona in Zahlen, wo stehen wir? Hier sehen Sie eine Skala, wie weit die Impfungen fortgeschritten sind. Ganz dunkel, da sind Flächen, also Länder, die schon sehr viel geimpft haben, zum Beispiel USA, UK, Europa kommt dahinter. Und weiß zum Beispiel hier der ganze afrikanische Kontinent, da ist noch kaum geimpft worden. Und wir schauen uns jetzt mal zunächst mal an Corona insgesamt. Also das sind alle Fälle, die es insgesamt auf der Welt bisher gab, nach offizieller Statistik. Den Link teile ich Ihnen unter dem Video, worldometers.info, da können Sie alle Länder anschauen. Und was wir hier sehen, sind diese zwei Wellen. Also die erste Welle hier, Herbst, letzten Jahres noch mal richtig stark gekommen. Eigentlich sind es schon drei Wellen, also hier ging es los. Letztes Jahr die erste Welle und dann diese Welle im Herbst und jetzt wieder im Frühling. Und die insgesamt, die Zahlen auf der Welt sind im Moment auf einem neuen Hoch. Und bisher hatten 152 Millionen Menschen offiziell Corona. Von 7,6 Milliarden Weltbevölkerung sind das ungefähr 2% der Welt, die bisher offiziell Corona hatten. Und von, also jeder 50. ungefähr. Das ist noch nicht so viel. Daher brauchten wir definitiv irgendeinen Schutz, damit es nicht weiter sich ausbreitet. Wie zum Beispiel die Impfung oder halt die ganzen Maßnahmen, die wir jetzt alle ertragen müssen und mussten. Von diesen 152 Millionen, die Corona hatten, sind 3 Millionen gestorben. Das heißt ungefähr 2% der Infizierten sind gestorben. So, jetzt schauen wir uns mal an, bezüglich der Impfung, Impfen hilft. Und zwar, wo stehen wir mit den Impfungen? Wenn wir hier schauen, von auf 100 Personen, wie viele Impfdosen verabreicht wurden, dann ist Israel ganz vorne. Also hier werden nur Länder betrachtet, die mindestens eine Million Einwohner haben. Israel ist ganz vorne, die haben schon 121 Dosen für 100 Menschen. Sie wissen ja, bei vielen Impfungen braucht es zwei Dosen, zum Beispiel Moderna und Piontech. Und die haben jetzt schon 121. Dann UK, unsere Nachbarn aus dem Norden, Boris Johnson, die aus der EU ausgetreten sind, sind bei 72 Dosen. Dann Ungarn, unser europäisches Mitglied, was etwas an Alleingang geht, ist ja quasi so eine Fast-Diktatur geworden. Deutschland hat 60 Impfdosen und Deutschland steht da mit 34 im Moment. Wir fahren aber jetzt sehr schnell hoch. Und es gibt auch Länder, die deutlich schwächer sind, zum Beispiel Indien sind noch unter 10. Japan bei 1 bis 2 Impfdosen pro 100 Personen. Und wir schauen jetzt mal an, wie diese Anzahl der Impfdosen korreliert mit den Corona-Fällen. Und da schauen wir erst mal auf Israel. Wir sehen hier die beiden Wellen. Die erste Welle, die hier nochmal im Herbst war. Und die zweite Welle zu Anfang des Jahres. Und die Impfstoffe kamen ja meistens, die Zulassungen kamen im Dezember raus. Von Biontech, Moderna oder sogar Ende November schon. Und Israel hat sehr beherzt angefangen zu impfen. Und man sieht hier, das hat sich gelohnt. Die Zahl der neuen Corona-Fälle in Israel ist quasi gegen 0 gegangen. Und ähnlich sieht schon in UK aus, wo es hier 72 Impfungen pro 100 Menschen gibt. Und da sieht man auch, dass diese Seite angefangen haben, massiv zu impfen, sind die Corona-Zahlen sehr stark gesunken. Das ist nicht nur ganz so gut wie in Israel, aber hier wird auch schon über Öffnungsmaßnahmen diskutiert. Und dann schauen wir auf Ungarn. Und Ungarn hat zum Beispiel diesen Sputnik-Impfstoff aus Russland auch eingeführt. Also wieder mal ein Alleingang innerhalb der EU. Was wir ja schon gewohnt sind. In Corona hat die EU kein gutes gemeinschaftliches Bild abgegeben. Und auch die Ungarn haben jetzt sehr starke Erfolge erzielt. Die Neuerkrankungen sind gefallen. Jetzt schauen wir uns mal Deutschland an. Wir sind hier im Moment bei 34 Impfungen pro 100. Entschuldigung, hier fehlt ein Komma. Und das heißt weit hinter den Ländern zurück. Und wir sehen auch hier, dass der zweite Peak jetzt am Abfallen ist. Jetzt fahren wir auch gerade massiv die Impfungen hoch. Aber dass wir natürlich lang nicht so gut sind, von Israel ganz zu schweigen. Aber auch nicht, wie zum Beispiel England. Und übrigens, wir haben von drei Millionen Fällen haben wir bis jetzt. Das sind 83.000 gestorben. Das sind ungefähr 2,4% der Bevölkerung. Also sogar mehr als der weltweite Schnitt. Trotz unserer guten Krankenhausversorgung. Ich vermute, das liegt daran, dass hauptsächlich alte Menschen sterben, weil wir eben eine alte Bevölkerung haben. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, schreiben Sie es gerne unter das Video in die Kommentare. Dann kann da eine Diskussion entstehen. Und überhaupt 83.000, diese Zahl. Es wurde immer Corona mit Grippe verglichen. Die größte Grippe-Epidemie, die wir bis jetzt hatten, Ende 2018, da sind ungefähr 20.000 gestorben. Also bis jetzt sind Corona schon viermal mehr. Obwohl damals bei Grippe natürlich nicht solche Maßnahmen getroffen wurden, wie jetzt bei Corona. Also es ist definitiv ernst zu nehmen, diese Krankheit. Dann schauen wir mal auf Japan. Japan hat insgesamt sehr wenig Fälle. Deswegen haben die auch mit den Impfungen, also ein Grund mag das sein, dass sie mit den Impfungen nicht so hoch fahren. Die haben erst zwei Impfungen pro 100 Personen. Und da sieht man, da bildet sich die nächste Welle aus. Die werden jetzt auch versuchen, relativ schnell hochzufahren. Aber da sieht man halt, was passiert, wenn nicht geimpft wird. Und ein deutlich schlimmeres Bild gibt Indien ab. Mit 10 Impfungen pro 100. Also die bemühen sich zu impfen, haben natürlich eine riesige Bevölkerung. Viel Armut. Und da ist die zweite Welle massiv viel höher als die erste Welle. Und übrigens, die haben nur 215.000 Tote auf ihr. Also nur, das ist ja schon ganz schön viel. Aber ich meine nur ein Prozent der Toten. Ich vermute, dass das damit zusammenhängt, dass die eine deutlich jüngere Bevölkerung haben. Und dann schauen wir mal nach China. Da gibt es eine ganz spannende Dokumentation von Arte. Covid-19 ist zurück, heißt die Dokumentation. Ich werde den Link unter dem Video teilen. Schauen Sie sich das an. 10 Minuten, das sich definitiv lohnt. Das Virus ist zurück. Da, wo es hergekommen ist, aus dem Labor in Wuhan, habe ich hier noch dazu geschrieben. Damit es auch nicht in Vergessenheit gerät. Weil es wird ja von WHO und anderen offiziellen Stellen mittlerweile behauptet, das Virus sei irgendwo hergekommen. Nur nicht aus China. Weil China ist übrigens der größte Sponsor der WHO. Und übrigens ein gewisser Professor Wiesendang aus Hamburg hat in einem Artikel gezeigt, dass das Virus sehr wahrscheinlich aus dem Labor stammt. Übrigens, den konnte ich mal persönlich kennenlernen bei einer Installation 1996 in Hamburg. Der Mensch ist glasklar. Das ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet und nicht irgendein Hinterwäldler. Und seine Meinung würde ich durchaus hoch einschätzen. Und wie es in China im Moment aussieht, sehen Sie hier auf diesem Bild. Also, die Leute tragen alle Masken. Und es gibt bestimmte gesperrte Gebiete. Da kommt man nur rein, wenn man dann auf seinem Handy sich identifiziert mit einem QR-Code. Und dann ist man quasi komplett durchleuchtet. Jede Zone, wo man sich aufhält, entweder man darf rein oder nicht. Alle Daten werden personalisiert. Das ist gerade ein Experiment, was in China stattfindet. Was hoffentlich nicht richtungsweisend ist für die ganze Welt. Also, hoffentlich können wir hier in Deutschland unsere Freiheit bewahren und gehen nicht diesen Weg. Es lohnt sich auf jeden Fall, diese Dokumentation anzuschauen. So, Impfen hilft. Das sieht man an all diesen Zahlen. Und ganz zum Schluss möchte ich noch zeigen, einen aktuellen Artikel von unserem Hauptvirologen. Scheinbar haben wir nicht sehr viele außer ihm, aber seine Meinung, immerhin haben wir ihn. Den Herrn Drosten. Und er sagt, Auffrischimpfungen womöglich ab Winter. So, schauen wir jetzt mal, was er sagt. Der Schleimhautschutz hält nicht ein Leben lang. Das hat man in einer ausgerechnet in Wuhan-Studie herausgefunden, dass sich da, wo die Leute schon mal krank waren, Antikörper auf der Schleimhaut verringern sich wieder. Der Schutz hält nicht ein Leben lang. Das heißt, wir können uns darauf einstellen, dass wir diese Corona-Impfung nächsten Winter schon auffrischen dürfen. Da wird man nachimpfen. Aber eine gute Nachricht, wegen der Mutationen, nicht wegen der Mutationen, sind die Nachimpfungen erforderlich. Und übrigens, ja, hier nochmal die Zahl, 27,2% war das da ungefähr, in Deutschland, die geimpft sind. Ich hatte vorher gesagt, 34 Dosen pro 100 Einwohner. Stimmt ja ungefähr zusammen. Und noch eine positive Nachricht, es ist Unsinn, dass die Corona-Pandemie niemals aufhört und die Virus-Variante in Indien beruhigt ihn nicht groß. Ich werde auch diesen Artikel unter das Video posten. Und dann noch ein Ausblick. Ich werde hier noch einen zweiten Teil machen, wo es um Investment geht. Also welche Aktien laufen gut. Und da habe ich einen in Taipan, wo sie über mich einen Sonderpreis bekommen. Da habe ich solche Listen angelegt. Und hier sehen wir zum Beispiel die Hauptimpfstoffproduzenten, Biontech, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Vanilva, Valneva, die nicht so viele kennen, Moderna, CureVac, Novavax. Und da werfen wir mal einen Blick drauf. Und da kann man sortieren nach Bollinger-Bandsystemen oder nach relativer Stärke nach Klino. Und hier sehen wir zum Beispiel den Biontech-Chart mit Bollinger-Bändern, mit einem Ausbruch. Und das wird das nächste Video. Da brauche ich noch ein paar Tage dafür. So, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, abonnieren Sie gerne meinen Kanal. Spannend wäre es, wenn Sie Kommentare unten drunter schreiben, dass da eine schöne Diskussion entsteht. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.